Du möchtest besser oder überdurchschnittlich Geld verdienen? Gut, dann entscheide dich noch heute dafür, exzellent zu werden. Denn der Markt zahlt nur exzellente Preise für exzellente Performance. Durchschnittliche Preise für durchschnittliche Performance. Das Problem, was die meisten Menschen dabei haben, ist, sie wissen nicht, was der Feind von Exzellenz ist. Und das sind drei Buchstaben G-U-T. Gut. Der Mann beklagt sich, nachdem er von seiner Frau verlassen worden ist. Wie konnte sie mich nur verlassen? Ich bin so ein guter Ehemann. Der Mitarbeiter, der gekündigt wurde, sagt, wie konnten sie mich entlassen? Ich bin doch so eine gute Arbeitskraft. Und genau darin liegt der Fehler. Exzellenz ist das Einzige, was dich aus der Masse herausstechen lässt und dir ein außergewöhnliches, ein besonderes Leben ermöglicht. Egal, ob es in deiner Beziehung ist, im Bereich Gesundheit oder finanziell oder in deinem Beruf. Wenn du also ein besseres Leben haben möchtest, dann fang an zu handeln, fang an zu lernen, fang an dir Wissen anzueignen. Denn Exzellenz ist kein Zufall. Exzellenz ist ein konstantes Lernen. Exzellenz ist kein Ereignis. Exzellenz ist eine Gewohnheit. Exzellenz ist keine Geschichte, die eine einmalige Daseinsberechtigung hat, sondern Exzellenz ist eine konstante und immer wiederkehrende Wiederholung. Denn dein Leben wird das dann besser, wenn du besser wirst. Und wie hat dir das letzte Video gefallen? Schreib unbedingt deine Anregungen, Wünsche, Ideen oder Fragen unten in den Kommentaren, damit ich weiß, was dich beschäftigt. Zudem zwei kurze Dinge. Wenn du das praktische Erfolgswissen, was du auf diesem Kanal findest und hunderten von Videos nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere gleich den Kanal, beziehungsweise hol dir den nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro, genau passend zu diesem Thema. Das Ganze als Geschenk von uns on top. Der Erfolg ist in dir. Dein Maxim Mankiewicz.